ja hallo zusammen zur letzten folge für diese woche wie gesagt nicht wundern diese woche gab es kein titan quest jetzt nicht schaffen aber wir schaffen noch die grimdawn folge so ziel 1 und 2 sind geöffnet was ja grundsätzlich erstmal gut ist dann gucken wir mal wo die anderen finden wahrscheinlich bewacht von ganz vielen arschlöchern gehe ich mal fest von aus geht das hier schon wieder los echt jetzt mal da können wir jetzt mal hier ein bisschen gift verteilen eindeutig gift verteilt da ist nicht mehr viel übrig also an sich vom schaden her denke ich ist das ganz okay was hier geht jetzt nicht der mordschaden aber wenn man sich anguckt also gerade gegen viele ist das echt nice was habe ich jetzt gemacht nach ihr habt ihr neu das ist okay mehr nach rechts ja würde ich sagen oder den können auch mitnehmen hier hey freunde so man lasse mich doch einfach durch man könnte echt gut was einstecken burschen ist das ein boss ja ist es ich hätte es mir auch denken können sich was der einstecken kann da hat mich wieder rotes zeus erwischt aua können wir das mal lassen er kann ganz gut was einstecken der bursche muss man muss man ja mal so sagen so penner na nimmst du es auf oder was oder wie was wer grünzt mich hier an man weiß es nicht da ist das nächste ziel da ist auch ein ziel so damit sind wir hier auf dieser seite durch wir haben insgesamt fünf also eins fehlt uns noch da ist das da ist da ist da ist da ist da ist da ist Da oben müsste das letzte Ziel sein, wenn ich es gerade eben richtig gesehen habe. Holla, die Waldfee, er dreht doch alle ein bisschen frei hier, kann er sein. Banished Diablo, Lord of Terror, ich habe Angst, Mama, ich habe Angst. Irgendwas anderes, irgendein anderer Lord, gehen wir, so eine Behero Killed. Gut, wir haben auf jeden Fall die Seals erledigt und jetzt Banished Diablo, the Lord of Terror. Wenn es sonst nichts ist, Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Ah ja, die Frage hat sich gerade eben beantwortet. Eieieieiei, hör doch mal auf hier. Ach, und dann machst du diesen fucking Schaden, ich könnte ja im Strahl kotzen. Mal ernsthaft, das muss doch nicht sein, oder? Lass den Rotz. Das machst du ganz toll, Arschloch. Schnell weg. Aha, da machst du die Grütze wieder. Dann kriegst du gleich mal hier von mir Schaden, du Arsch. Ja, ja, lach du mal, ist schon okay. Bisschen jetzt hin. Ja, 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 ist ja gut. Gestern Abend, da ist nicht gut. Könnte ich mal wieder weg. Ja, 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 ja. Ein bisschen Mana wäre auch toll. Das muss man einfach waschen. beziehungsweise ja mal gucken also der ist nicht oder allein dieses fackige rote zeus dass er ausstrahlt das ist für mich über die ja ja mach du mal genau nein nein ich bin genau rein gerannt aber ganz genau das ist dann immer dämlich macht eine scheiße hier hast du na 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 kaum gibt mir dann rote zeus ist es ja so ich bin immer wieder weg freundchen ja 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 schon klar das kennen wir ja schon und weg gott geht er mir auf die eier moment mal eben das ist danach wirklich vorbei ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ich war der meinung hier gibt es noch mehr gebiete i love it wenn er das macht wir sind wieder gestand ich liebe es nein 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 du arsch nein 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 lass das rennen mir nicht hinterher du penner das kannst du toll penner mein gif macht ihm nicht viel das gefällt mir nicht habe ich überhaupt das ist jetzt die frage rabbi ist ja das passt ja komm wo bist du jetzt sonst rennt auch die ganze zeit wenn wir darum da wirst du wie sieht denn na gut ist noch okay warum jetzt auch mal blaues zeug liegt weiß auch niemand so genau ja ja mach du mal bist denn jetzt da wirst du kaum na ja genau war zu erwarten das war dumm ich glaube ich stand in seinem komischen strahl drin das war nicht so geschickt und weg komm gib mir mana das kill ist noch nicht ready leck mich am arsch na wo bis jetzt da wirst du weg normalerweise wenn ich jetzt keinen dummen fehler mal mache müsste ich ihn zumindest packen ja ja mach du mal aber sage ich ja sage ich ja ein set ring wird damit hält die fans constitution naja gut gucken wir uns an ja gut das sollten wir hinkriegen aber ich möchte mich trotzdem nochmal umgucken nicht dass wir irgendwas liegen lassen haben ja gut hier geht es nicht weiter da geht es auch nicht weiter ja dann wäre pünktlich zum wochenende diablo zumindest erst einmal gebannt was ich ja völlig in ordnung finde hier kann auch noch mitnehmen und dann ab dafür hier eine healing portion und noch was blaues und hier und ja tülülülü hallo ja 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 dann muss man gucken wo der ist up hier irgendwie in ach halt die fresse ach halt die fresse also ich denke gerade ich habe keine ahnung wo der typ ist mit dem wir uns unterhalten sollen da ist ein portal das ist wichtig hallo man naja wir haben noch ein bisschen was vor uns akt 5 und 6 ist noch vor uns von daher ich wollte das sagen gut aber das können wir alles beim nächsten mal machen wir haben das portal das ist das wichtigste eigentlich jetzt erstmal dann bedanke ich mich für euer zuschauen und wünsche euch noch ein wunderschönes wochenende oder ein wunderschönes wochenende und dann nächstes war auch wieder mit mit fest also tschüss